Musik Suchen Sie einen Ferienpark, in dem Sie Ruhe, Platz und Natur finden? Dann ist De Laurenshufe das perfekte Urlaubsziel für Sie. Dieser Ferienpark liegt mitten in der wunderschönen grünen Landschaft der Provinz Twente, an der Grenze zu Saarland. Ganz in der Nähe befindet sich das alte Dörfchen Den Ham mit traditionellem Dorfskern. Im Ferienpark De Laurenshufe gibt es 48 Ferienbauernhäuser mit nostalgischem Flair, die ganz wunderbar in die ländliche Umgebung passen. Diese Ferienhäuser sind freistehend und verfügen über einen großen Garten. Fernseher und Gartenmöbel gehören ebenso zur Ausstattung wie Zentralheizung und Flügeltüren, durch die Sie die Terrasse erreichen. Direkt am Haus gibt es einen Parkplatz für Ihr Auto. Möchten Sie lieber campen? Auf De Laurenshufe gibt es nicht nur Ferienhäuser, sondern auch einen Bauernhof-Campingplatz ganz in der Nähe des Reitsportzentrums. Vom Campingplatz aus haben Sie eine tolle Aussicht über die Wiesen am Rande des Sonnstüfe-Waldes. Der Campingplatz eignet sich für Wohnwagen, Zelte und Reiter. Pferdeliebhabern wird es auf De Laurenshufe an nichts fehlen, denn der Park ist hervorragend für Urlauber mit eigenem Pferd oder Gespann geeignet. Stallplätze für sowohl Pferde als auch Wagen gibt es genug. Die vielen Wälder und gut begehbaren Sandpfade laden dazu ein, die Umgebung vom Rücken eines Pferdes oder vom Planwagen aus zu erkunden. Auch größere Gruppen sind herzlich willkommen. Wir bieten Platz für 12, 20 oder 32 Personen. Gut geeignet für Familientreffen, Klassenfahrten oder Reitvereine. Erleben Sie in aller Ruhe das echte Feriengefühl in unseren Ferienbauernhäusern, der Gruppenunterkunft oder auf dem Bauernhof-Campingplatz. Sie sind herzlich willkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017